Christina Hendricks ist eine Award-gewinnende Schauspielerin, dank ihrer Rolle in Mad Men. Du weißt, die berühmte Serie, die gerade ihr Staffelende hatte. Aber wären die Dinge anders gelaufen, hätte Christina die Rolle vielleicht gar nicht angenommen. In einem Interview mit The Guardian verriet Christina, dass ihre Agentur ihr nahe legte, die Rolle nicht anzunehmen. Wir können uns die Show gar nicht ohne sie vorstellen. Sie sagten, das ist ein Historiendrama, daraus wird nichts. Wir wollen Geld machen und das wird kein Geld bringen, sagte Christina. Sieht so aus, als hätten sie sich mit beidem geirrt. Bislang gab es sieben Staffeln und es gehört zu den beliebtesten Dramen im Fernsehen. Sie ließen mich fallen, sagte Christina über ihre Agentur. So kann man sich irren, sie gewann zwei Screen Actor Skilled Awards und wurde für fünf Emmys nominiert. Wahrscheinlich sollte man nie an Christina Hendricks zweifeln.